1000er Balance Machen wir mal ein 300er Bonus bei Tangen und Teuschen, 250 Ich nicht sagen wir machen jetzt direkt mal einen Bonus bei auf einen 3er Einsatz für 300 Und dann sollen wir das Ding mal kochen hier Kaufe, Kaufe, Papa, Papa, Freie Spiele kaufe Herr mit des Gitter Ist das normal mit den 5 Foto oder 16 Freie Spiele? Also wenn das Ding jetzt nicht scheppert, ich weiß es auch nicht mehr, wirklich Du lieber Himmel Toh, gleich erste Weile da, x2er, weiter gehts, hopp Bloß nicht schlapp machen jetzt, kommt schon meine Kätzchen Hey LuPi, Wahnsinn Toh, noch Ich gehe quasi wieder zu einem Kuchen, weil er kein Casino kommt mit dem Spiel Dafür bin ich ihm dankbar und dann bin ich angekommen in der Hölle und dann bleibe ich auch LüBi, ich küsse dein Herzle Ich bin nicht versuch, aber es klappt aber nicht Ey Erkan, das ist so schwer, glaube ich Einmal geht, warum nicht Sein kann, hast du recht Hopp oder Top Komm schon Herr mit dem Walz Hey, das ist noch zu mager Jetzt gehts aber mal langsam los Da vorne vielleicht in der 2. Walz und noch ein 2. Swipe Wäre Top Wow, wow 123, 1, 2, 3 Hopp 6 Pins haben wir noch Der muss scheppern Hopp schon Das ist alles nichts, 84 Tage Dreh du euch Wow Jetzt gehts aber los 240 Tage 600, den wir schon auf dem Tag oder ohne Loch und Wald ganz hinten X3er Multi 600 Euro Bild Was? Ich hake ein paar Dosen Zähne voll durchgezogen nochmal 150 drauf Was mache Sinn? Ach zum lieber Ich krieg Du kriegst Du auch nochmal die Angst Oder was? 390 Nochmal mal Nein, die 2. Walz und da wollte ich ihn haben Und da ist er rein jetzt Letzte 2 Spins Nochmal 480 Auf den Ruf Komm, letzter Spin Gönn Gönn Ah Geil Nochmal 300 drauf Wie viel haben wir? 2340 Ich habe hier nochmal mitgenommen Ich habe wieder Ich habe wieder Geiler Scheiß Was für ein Will Leute Unglaublich Was haben wir 9000 auf der Balance Den ich krieg die Krise Ach du Scheiße Das darf ich kaum erzählen euch Das kostet mir immer 10.000 Du immer 9.000 Das ist doch nicht normal